Guten Morgen und herzlich Willkommen zur Cabriotour 2017, Tag 7 mittlerweile. Wir sind gerade von Salzburg aus auf dem Weg an Bad Reichenhall vorbei durchs Berchteskerner Land bis nach Tirol, wo wir uns heute ein bisschen die Landschaft angucken wollen, lecker essen wollen, wie eigentlich jeden Tag in den letzten 7 Tagen und mal schauen wollen, was Tirol so kann. Das Wetter ist noch deutlich angenehmer, wir haben aktuell 27 Grad, der Himmel ist bedeckt. Ich hoffe, er bleibt auch nur bedeckt und es regnet nicht noch irgendwann zwischendurch, aber im Vergleich mit den letzten Tagen ist alleine das Fehlen der Sonne oder der direkten Sonneneinstrahlung schon mal sehr angenehm. Musik Musik Das ist übrigens das, was an den Gabriel-Touren am wenigsten Spaß macht, Tunnelfahrten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.